Ich kann Ihnen sagen, die Deutsche Physikalische Gesellschaft und hier auch gerade die Leitung ist mit vielen Experten innerhalb unserer Gesellschaft in Kontakt. Wir sind ja mit 60.000 Mitgliedern die größte physikalische Fachgesellschaft weltweit und momentan arbeiten allein in einem unserer Zentren, momentan sieben und in naher Zukunft zehn bis zwölf Arbeitsgruppen allein daran, die Folgen in Japan zu analysieren, zu bewerten und mit eigenen Codes auch die künftigen Folgen wie Ausbreitung oder Szenarien wie weitere Schmelzvorgänge vorgehen könnten, das alles numerisch zu analysieren. Und man arbeitet hier auch sehr eng mit der Gesellschaft für Reaktorsicherheit zusammen, sodass wir hier glauben, dass da doch eine sehr große Expertise dahinter steht. Sie haben vielleicht in den letzten Stunden zwei Neuigkeiten gehört. Einmal, dass nämlich der Block 2 auch explodiert sei. Und zum anderen, dass in dem Block 4, das ist einer der drei Blöcke, die bisher völlig außer Acht gelassen wurden, weil sie zum Zeitpunkt des Erdbebens und des Tsunami überhaupt nicht in Betrieb waren, dass in diesem Block 4 ein Feuer ausgebrochen sei. Und die Frage ist, wie sind diese beiden Fakten zu bewerten. Da muss man sagen, dass dieses Feuer im Block 4, wo immer es herkam, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Feuer ausbricht in so einer Umgebung, die durch Erdbeben und Tsunami gestört ist, das können Kabelbrände sein oder was auch immer, wie dem auch sei, es gab tatsächlich ein Feuer. Und in diesem Block 4, der, wie gesagt, nicht in Betrieb war, aber der Lagerbecken für Brennstoffe enthält, die auch gekühlt werden müssen, könnte eine gewisse Gefahr dadurch entstehen, dass durch dieses Feuer die Kühlung für diese Lagerbecken für Brennstoffe eben ausfällt. Das wird zur Zeit durchgerechnet, aber das ist die interessante Information, dass eben auch ein Feuer in einem nicht im Betrieb befindlichen Kraftwerksblock durch dieses Problem der Kühlung für die Brennstofflagerbecken eine prinzipielle Gefahr darstellt. Die Gefahr kann theoretisch durchaus ganz ansehnlich sein. Momentan weiß man das aber noch nicht. Die letzte Information ist, dass das Feuer inzwischen gelöscht sei, und man weiß nicht, in welchem Umfang durch dieses Feuer tatsächlich dann radioaktive Stoffe in die Luft gelangt sind. Die Berechnungen werden momentan noch angestellt, was das bedeuten könnte, wie die Zusammensetzung dieser Brennstäbe ist, und man macht einfach Worst-Case-Berechnungen, wenn dieses Mix in die Atmosphäre gelassen wird, was es dann bedeuten würde. Aber wie gesagt, darüber gibt es momentan keine Informationen, keinerlei Informationen, und man weiß nicht, inwieweit das war. Aber Fakt ist, auch ein Feuer in einem stillgelegten Block kann potenziell gefährlich sein. Die Frage ist dann zum Block 2. Der ist aufgrund radiologischer Daten, das heißt einfach Strahlungsmessungen in der Umgebung, wahrscheinlich defekt, und das wahrscheinlich bezieht sich auch auf das sogenannte Sicherheitsgefäß oder das Containment. Da gab es in der letzten Zeit verschiedene Meldungen, dass der Kern total trocken gefallen sei, und dann, dass das die Ursache sei. Dazu sagen unsere Experten, dass das entweder mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ein beabsichtigtes Trockenfallen war. Man wollte mehr Wasser über die Feuerwehreinspeisung dort hineindrücken, und um dieses Wasser über die Feuerwehrleitungen, die keinen sehr hohen Druck vertragen, überhaupt hineinzubekommen, muss man den Druck innen entlasten. Das heißt, man musste da Ventile aufmachen, und durch die Entlastung dieses Drucks im Inneren fällt vorübergehend eben die Reaktorbrennstäbe trocken. Das war, wie gesagt, eine Wahl des kleineren Übels, so sagen das unsere Experten, und es war nicht etwas, was sozusagen völlig unkontrolliert gegangen ist. Das ist zumindest die aus der Ferne formulierte Meinung. Es gab dann möglicherweise einen Ventildefekt, der mehr, der diese Druckentlastung, diese gewollte Druckentlastung, schneller vonstanden hat gehen lassen, als eigentlich vorgesehen war, weshalb es dann möglicherweise zu einer weiteren Wasserstoff-Explosion kam. Und das war dann die Folge, die wir dann in dieser Explosion gesehen haben. Aber insgesamt war dieser Ventildefekt dann zur Druckentlastung hilfreich, sodass man unter Umständen jetzt besser, wiederum die Meinung unserer Experten, das Innere sogar besser kühlen kann als vorher. Inwieweit das Druckgefäß defekt ist, darüber gibt es keine verlässlichen Aussagen, aber es wird nicht ausgeschlossen. Vielen Dank.